jetzt kann man das auch sehen also der rechte stift das ist also praktisch dieser hier die oben spitze drauf und dieser hier kann man sehen sie gar nicht gut aus und dann schwenke ich da mal ein bisschen rüber der ganze linke geht noch der nächste naja dann kommt der dritte der überhaupt nicht gut vierte das war der fünfte und der hier der jetzt in der mitte ist da der neue das ist der so wie das aussehen muss nur wenn die stifte so aussehen schließen die auch und wenn die aussehen wie dieser hier da dann kann das ganze auch nicht mehr funktionieren weil der stift hat nicht mehr die richtige höhe so